Wir haben ihn angekuckt, oder man hat Wasser? Kommt hier Wasser runter, oder? Ja, jetzt schon mal. Na du? Weißt du, du bist ein Knar, du hast ein bisschen Schiss in der Hand. Guck mal, was du bist. Wie ist das für die Kammerlein zu sein? Schöne hin zum Klicknopf, oder? Komm mal hin. Schöne hin.